Eine spannende, aber auch kalte Woche ist fast zu Ende und somit Zeit für ein heißes Speedy Weekly. Für uns hieß es zunächst, weiterhin fleißig Päckchen packen für die letzten Dankeschöns der UnterstützerInnen der Crowdfunding-Kampagne und die ersten Bestellungen im Online-Shop. Aber wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, ein paar der Päckchen persönlich auszutragen. Aber auch das Weihnachtsfest rückt immer näher und aus diesem Grund haben wir festliche Xmas Bundles für dich geschnürt. Mit dabei ist unser nachhaltiger Geschenkbeutel sowie eine Grußkarte aus Samenpapier zum Einpflanzen. Sichere dir jetzt das perfekte Geschenk zu Weihnachten für deine Liebsten oder einfach an dich selbst. Ich stand in der Küche und habe wieder für dich gebacken. Dieses Mal habe ich vegane Zimtsterne gemacht mit unserem gelben Smoothie Kamille Ingwer. Wenn du das Reel noch nicht gesehen hast, dann check es doch gerne aus. Mein Learning der Woche ist, dass der Fulfillment-Prozess sehr aufwendig ist. Es dauert ziemlich lange, bis alle Päckchen gepackt sind und auch die Grußkarten geschrieben sind. Schönes Wochenende dir und bis zum nächsten Mal.